Ja und dann mach die Tür wieder auf. Achso ja. Mach die Tür auch schnell, schnell. Warum? Ja ja. Ne, weil der Trader kann von außen die unteren Platten aufmachen. Achso, okay. Boah Jonas, bist du dumm oder so? Yes. Wer war das? Husky, du warst, gell? Ja. Ich. Was? Du hast mir mit meiner Sniper gemacht? Ne, wer war es denn jetzt? Husky oder wer war es? Habe ich dir eigentlich Schaden mit meiner Sniper gemacht, weil es gar nicht so war? Ich war. Ich war. Ich war. Ach, ich war. Ah, du bist hier bei mir. Ich habe auf Trisci total aufgeschossen, aber ich habe es nicht getroffen. Du hast mich getroffen. Du hast mich getroffen. Du hast dich getroffen. Du hast. Ich bin hinter dir. Und ich bin draußen. Wenn ich tot bin, ist es Janis. Äh, Jonas. Ja, ich bin da. Husky gekauft ist neben dir. Beide mal. ach jetzt noch einmal ja weil ich das alles jonaski und trissi wahrscheinlich ja wie macht man so eine coole lampe wir drücken wir wissen fünf schade gibt es eigentlich auch einen sechsten ihr mitmacht was auch irgendein anderer noch mitmacht also irgendein sechster ja nein ich mache auch jetzt wie lange geht die folge doch ich meine ich habe was auf mich geschlagen ich habe rechtsklick gemacht richtiges weg du willst mich hier verhältlich linksklick auf dich gemacht hättest du schaden bekommen dafür auch schaden bekommen dann schau mal genau ja 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 denn es ist jonas kommst du mit hier zurück zu den anderen ich weiß nicht ich habe gedacht dass wir senseless herzinfarkt nein keine muni ich weiß ja jonas alter ich hätte ich so umgebracht hättest du das jetzt noch verloren alter ich hätte dich so umgebracht vor allem was der letzte vor allem senseless sagt ich hätte ihm schaden gemacht wenn ich rechtsklick mit der probe auf ihm machen und sie richtig so aufhängt so du hast geschlagen äh 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 mach keine und keiner merkt es einfach als husky dreimal darf schreien was mit mir wieder passiert ist ich war fünf Sekunden im spiel und was war ein auto hihihi 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 ich hab' nicht überrascht ja aber diesmal bin ich 100%ig innozent ich auch ich leck mir die Finger ab ich bin tot aber ich leck mir die Finger ab weil ich tot bin du bist nicht tot doch ich bin tot ich bin durchs Auto gestorben aber ich sehe gerade so sexy aus ich an der Straßenkante meine Finger ablutsche du bist nicht tot doch ich bin wirklich tot da wo senseless ist das bin ich ich leck mir gerade die Finger ab ja das stimmt nein nein jeder weg Trissi Trissi nein wusch hm Guck Guck Jabbak hier an der Straßenkante da wo das rote Auto gerade vorbeifährt wenn ich ruhig bin ist Trissi ok wer lebt denn noch alles jonas lebt auch noch ja jonas muss ein bisschen dichter ins mikro hin ups ja hallo jonas ist da jonas ist da ich hab's äh t-bone ey wer war gerade bei mir ja ich hab ne melone kaputt gemacht ey ähm ist wer hier spectator ähm der Dingsler ähm wow wenn ich ruhig bin es ist Husky Craft ja sprich mal kurz was ist das denn ey wo ich bin hier gerade was ist das äh warte wo bist du ähm ok warte hier ist Trissi ich sehe dich gerade nicht ähm wo bist du ich bin mir so hundertprozentig sicher dass du das bist ne ich bin es nicht wirklich ich lass ich lass meine Waffe fallen ja bleib mal ganz kurz stehen ähm Sensel ist noch mal was ist wieder nehm warte Sensel ist gemein nein geh weg ja ich brauche meine Waffe dann vorbei hier nein ich weiß nicht was ist das nein geh weg das ist eine Falltür und da geht's runter und da kommst du kommst da rein du musst die Tür öffnen mit ihm ja und wie Trissi geh weg ja mit ihm ja ja wenn ich eh drücke dann dann bin ich auf der Neuter ich bekomme die Tür nicht auch Alter da war schon wieder ein Auto oh das ist ein Traitor Ding und Star da kommst du nicht durch es ist senseless nein ich will es nicht hundertprozentig bin hinter dir aber ey 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 jawoll ey das war bei random killen nein ich hab's mir denken können doch weil Trissi war's nicht Jonas steht so neben mir und macht mir nicht mehr was ne ich hab's mir irgendwie nicht denken können weil Trissi hat mir die Waffe hingeschmissen ich hätt sie dir auch hingeschmissen na aber die hätt ich nicht ich weiß nicht du bist nicht im bevorzug ich hab ich hab extra nichts gesagt weil ich gedacht hab ich hab dich äh ich hab schon gedacht dass du es bist ja ne das ist Jonas ist ey ich bin ein Inno-Send es ist so ich bin auch Inno ich weiß aus Versehen ich weiß wer kommt da wer hat die geworfen ich glaub senseless hat es geworfen oder nein ich hab Schnee spielen ja nicht so doof und verbrenn mich selber ja wer weiß ich bin immer der einzigste das macht aber du sagst immer ihr seid so fies das ist ja Jonas die Jonas die Jonas kannst du nicht schon wieder sein ich glaub ihr das ist Hass das hat schon so ja wo wieso trefft ihr mich alles so gut ey alter immer wenn Jonas neben mir steht macht er nichts nicht hey ich stand gar nicht neben dir halt das sind doch ich bin dreimal bei dir vorbeigegangen ja bis ich mich da schon hier Jonas Jonas ich kann es dir ganz genau sagen weil ich heute drei stunden mw2 gespielt habe die alte einfach nie so jetzt mach ich einfach mal das professionellste im let's play einfach mal was essen ich trinke die ganze Zeit also und ich sitze hier und hab mein laptop hier auf meinem ich bin auf dem Laptop ja weil jemand mit meinen schreibtisch ist gerade am Bau im Bauch sind da machst du denn da machst du auch gerade und hält es auf YouTube ach so ich bin in und der macht die schluss sind oben in Thunberg hoch kommt es nicht tot er wird nicht sterben hab ich gesagt gemeint damit dann gehe ich hoch okay du wirst sterben okay dann wissen wir wenn es sich bei mir sind sie lässt sich bei mir okay ich hab' dir das Kompulator runter hey wake up okay er schießt auf mich oder so ich hab' gar nichts gemacht ich hab' nur eine ins Hilfe ich hab' mich gerade fast selbst getötet ey was macht ihr hier drin ey was macht ihr hier drin Jonas wird sie wirklich hochkommen ich hab' mir voll den Lauf dass man Traitor wird und dann hat wieder 100 Jahre kein Traitor Jonas geht weg ja so geht's mir auch ja ich kann nicht weg ich würde euch so gerne ohhhh wieso? hey wird hey jemand hat ihn getötet jemand hat Jonas getötet was? nein nein der lebt noch ach du scheiße es ist trissi es ist trissi ja gut 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 das hätte man sich doch denken können warum denn? ich hab' nicht weil der davor mit mir geredet hat ich hab' den Goldblock ich bringe ihn einfach gleich hin ja du musst ihn auf den Crafting Table machen hab' ich auch schon erklärt ok Leuchtturm ist für mich ok ich komm' nicht rein und ich bin Inno wer reinkommt ist tot Ja gut heißt doch hey Wiger all zum testen ähm du weißt ja wie es geht SET ja geh rein ok geh weiter rein du rumschlagest hey oh das war der falsche Knopf hey Wiger ich hätt' den anderen Ebel nehmen sollen du du warst jetzt hier ich was erinnere so dumm falscher Knopf egal und was ist das weiter oh du weißt doch nicht schade aber knapp ist echt geil okay jonas kann man hier ja und gehen wir hier ein jetzt da rein jeder rein drückt die knöpfe nein geht da rein ja julius later er schießt vom turm aus runter ich bin nicht im turm auf jeden fall hat er mich an geschnitten ich bin aber eine waffe ist doch wurscht ob du im tun bist du dann nicht wirklich jetzt warum denn ich bin die nummern ich bin der innoman in nummern wegen trissi habe ich vorgesehen schon geräusche 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 im geräuschen ja du schwimmst bei mir ja ich glaube er ist im wasser oder auch die vermuten oder im treten Raum ich habe gerade für die sprachvieler sich stimmt das war ich ich habe die Autosniper ist natürlich jetzt scheiße viel welchen einmal treffen wenn ich ihn treffe ist er ganz schön am Arsch ist er da oben ich weiß nicht ich war noch nicht gucken ich jetzt mal hoch wo auf dem turm er schlägt gerade das fenster ein das heißt er ist ein bisschen ist sie und gut wir waren nicht die Autosniperien was so mehr ist das das piept da ich das sei die kommers kommers mt von den Baum und welchen drauf ich hätte nicht sein ich habe den Goldblock ich habe den Goldblock geht ja auch hier einfach mal tanziere mit der will es nur wenn du die jetzt enttäuscht wird wie hat sie nämlich den denen hundertprozentig in derzeit sehr sehr hart er hat den kopf ich aber wie nämlich den kopf ein bisschen schlager schlag auf den kopfloch mit gerecht wenn wir anprobieren aus damit war es denn mit dem magneto stick oder was ich will ja nicht sterben kannst du bitte gehen ich habe den jonas wieso ich will nicht sterben ja ich auch nicht ja dann geh ja wo bist du dann was ich habe den goldblock ja und wo er auf die auf die auf den kraften käme ich glaube ich habe den kräftigen kräftigen okay um jetzt geht ab und dabei okay ich jetzt ist es ja dann gab es hier zu immer wieder in meinem abgarten ist noch die erste so gehen er hat sich mach mal so und dann machen wir okay er ist auch interessant Jabbab und Jonas sind in uns verteidigte ich kann auch mal rein das ist jemand im Leuchtturm das ist jemand im Leuchtturm ah ich brauche eine Waffe an jemanden ja und dann macht die Tür wieder auf ach so ja schnell warum ne weil der Twitter kann von außen die äh die unteren Platten aufmachen ach so ok boah Jonas bist du dumm oder so ich hab auch keine Schanze ach so schnell was hast du Sniper ach du nicht Snipermann der Staub das war ich ich will was sagen ich will was sie ist hier unten der Sniper ich habe mir ist der Shotgun ja was bringt mir nicht schon gern wenn der da oben ist ja ich muss sagen die Zeit vergeht blabbern so hier drin nimm die Schuss an die ist besser ich hab außerdem noch 4 Minuten ja weiss wir warten jetzt 4 Minuten du musst Traitor sein weil man als inneres gar nicht sehen kann doch ich sehe auch 4 Minuten 40 echt ja 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 das ist ein modifizierter das siehst du ja auch schon bleib einfach hier drin bleib hier drin er muss irgendwann kommen um zu gewinnen ja ich weiß mal nicht wer das ist ich hab sogar auch noch gesagt ich bin Föto ja aber ich kann deine Stimme nicht identifizieren oh er kommt er kommt Achtung Achtung alter voll in den Nagel ok gut 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 ach man ich hatte die Silent Fox alles